Frau Kollegin, verehrte Kollegin Eckenbach, ich bitte doch um ein bisschen mehr Respekt gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Sie haben eben schon wieder, und die Kollegin Jelbke hat darauf hingewiesen auf den Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Sie haben eben schon wieder versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Leistung im Asylbewerberleistungsgesetz und der Zahl der Menschen, die hier hinkommen. Man kann darüber streiten. Meines Erachtens ist das methodisch schon angreifbar, was in der Ausschussanhörung genannt worden ist. Aber selbst wenn, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, dass migrationspolitische Argumente bei der Menschenwürde keine Rolle spielen dürfen. Das heißt, diese Argumente dürften hier im Bundestag überhaupt nicht verwendet werden in der Debatte, die wir führen. Sie haben das wieder gemacht, und der Kollege Stracke in der Ausschusseinhörung, das gehört sich nicht. Es geht hier um die Verfassung, die Menschenwürde und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bitte lassen Sie das mal. Aber auch nicht der offensichtlich aus Missbrauch des Asylbewerbs. Stellen Sie doch noch mal eine Zwischenfrage, Herr Straubinger, wenn Sie da noch was wissen wollen. Überhaupt finde ich, ganz grundsätzlich gesprochen, immer wieder problematisch, dass wir hier Gesetzentwürfe bereden, die an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit entlang gehen und wo wir dann auf das Bundesverfassungsgericht warten müssen, ob es verfassungsgemäß ist oder nicht. Und bei dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist das schon wieder so. Ich bin kein Jurist, meines Erachtens, ist wahrscheinlich so gerade eben noch verfassungsgemäß. Aber wir haben in der Ausschussanhörung diverse Argumente von den Expertinnen und Experten gehört, wo es verfassungsrechtliche Probleme gibt. Ich habe in der Ausschusssitzung dazu noch mal etwas länger Stellung genommen und die Punkte noch mal erwähnt. Die Zeit habe ich hier gar nicht, weil ich die Zeit dann um ein Vielfaches überschreiten würde. Ich fände es schön, wenn wir hier mehr Gesetze verabschieden würden, bei denen von vornherein klar ist, dass sie der Verfassung entsprechen. Ganz einfach so. Ein zweiter wichtiger Punkt. Wir finden es wichtig, dass es endlich eine einheitliche Grundsicherung gibt und nicht so eine Zweiklassen- oder Dreiklassen-Grundsicherung, wie wir sie derzeit vorfinden. Noch einmal anknüpfend an die letzte Debatte. Unionsbürgerinnen, die zu uns kommen, verlieren irgendwann ihren Anspruch. Ein Teil ist ausgeschlossen. Asylbewerber kriegen eine Leistung, aber die liegt unter der Leistung, die andere Menschen in diesem Lande kriegen. Das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar. Wir wollen da eine Vereinfachung. Das zeigt das Menschenbild der Großen Koalition. Es gibt die guten Menschen, die hier leben, hier länger leben. Und es gibt die schlechten Menschen, das sind die, die zu uns kommen, aus der EU oder noch von weiter weg. Wir finden, alle Menschen müssen und sollten gleich behandelt werden. Nochmal ganz kurz zu ein paar wichtigen Problemen, weil hier behauptet wird, das Bundesverfassungsgerichtsurteil wird hier eins zu eins umgesetzt. Oder die Bundesverfassungsgerichtsurteile, da muss man ja eigentlich noch mehrere zu sehen, wo das Existenzminimum, ein Grundrecht nach Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt. Existenzminimum, was das physische Existenzminimum abdecken soll und ein gewisses Maß an sozialer Teilhabe. Und dann gibt es den Paragraphen 1a. Die Frau Jelpke hat das als Strafregime bezeichnet, aber unabhängig davon, wie man das bezeichnet. Dieser Paragraph 1a besagt, dass Leistungskürzungen möglich sind. Es ist überhaupt nicht festgelegt, in welcher Größenordnung. Das ist auch in der Ausschussanhörung kritisiert worden. Und diese Leistungskürzungen können dauerhaft sein. Leistungskürzungen unter das Existenzminimum dauerhaft. Das widerspricht eigentlich ganz eindeutig dem Anspruch, dem Grundrecht einer existenzsichernden Leistung. Wir haben keine Mehrbedarfe wie sonst im SGB II und SGB XII, zum Beispiel für Alleinerziehende, für Schwangerschaften. Das ist schon ein Problem. Die Regelleistung selber ist 10 Prozent niedriger als die für Arbeitslosengeld II beziehende oder Menschen, die Grundsicherungen im Alter beziehen. Begründet wird das dadurch, dass bestimmte Leistungen als Sachleistungen geboten werden, Hausrat zum Beispiel, Gesundheitskosten. Aber teilweise ist das ziemlich absurd, was da in der Begründung steht, weil zum Beispiel wird ein Teil dieser Differenz dadurch begründet, dass Asylbewerber keine Praxisgebühr zahlen müssen. Richtig! Wie Sie auch wissen sollten, gibt es die Praxisgebühr gar nicht mehr. Das sind nur 2,65 Euro von dieser Differenz zwischen SGB II-Leistungen und dem Asylbewerberleistungsgesetz, wie Sie es vorgelegt haben. Aber das zeigt, wie Sie an dieses Gesetz drangegangen sind, nämlich korindenkackerisch und sehr kleinlich und gar nicht wirklich fundiert und auch nicht wirklich transparent. Offensichtlich ist Ihnen das nicht einmal aufgefallen. Die Praxisgebühr gibt es nicht mehr und es ist kein Grund, warum deswegen Asylbewerber 2,64 Euro weniger kriegen sollten als andere. Für uns ist wichtig, die Selbstbestimmung und Freiheit der Menschen zu stärken. Und an der Stelle sind natürlich die Sachleistungen auch ein Riesenproblem, weil auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollten eine Geldleistung kriegen, mit der sie dann selbstbestimmt entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Und die Ausschussanhörung hat auch noch einmal an der Stelle deutlich gemacht, dass auch an dieser Stelle das Existenzminimum nicht unbedingt gesichert ist, weil die Sachleistungen möglicherweise eben nicht existenzsichern sind. Das ist schwer zu kontrollieren. Auch an der Stelle wären Geldleistungen sehr viel sinnvoller als Sachleistungen. Herr Kollege Strengmann-Kuhn, Sie denken an die vereinbarte Redezeit. Gut, dann komme ich zum Schluss. Leider kann ich zum Gesundheitspunkt nicht mehr viel sagen, aber das ist schon genannt worden als ganz zentrales Problem, wo auch das physische Existenzminimum gefährdet ist. Ich wünsche der Kollegin Kolbe viel Glück, an der Stelle noch einmal Veränderungen zu erreichen. Es gibt da ja auch einen Beschluss des Bundesrates, der einen Weg öffnet. Ich finde, das Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, ist weder christlich – Sie sollten vielleicht noch einmal über den Begriff christlich in Ihrem Parteinamen nachdenken –. Wir haben deswegen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Asylbewerbeleistungsgesetz abschafft, eine Gleichstellung schafft. Es ist im Bundesrat auch von allen Ländern unterstützt worden, – Herr Kollege, jetzt war der letzte Schatz schon längere Zeit angekündigt, der muss auch jetzt erfolgen. – Deswegen bitten wir Sie, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu, weil nur dadurch kriegen wir wirklich ein Gesetz, das der Verfassung entspricht, was Bürokratie abbaut und die entwürdigende Diskriminierung von Asylbewerbern tatsächlich abschafft. Vielen Dank. Applaus Applaus